Es ist kaum zu glauben, aber es ist bereits sechs Monate her, seit meinem Start auf meiner Reise zum epischen Kinofilm. Was ist passiert? Ich habe mir Equipment und vor allem sehr viel Know-how zugelegt, habe Bucker Productions gegründet, viele Projekte schon umsetzen und schon wieder einige Projekte in der Pipeline. Ich bin mega happy, wie es im Moment läuft und ich möchte unbedingt die nächsten Monate auf diesem Pfad weiterfahren. Was sind die nächsten Meilensteine? Ich möchte im nächsten Jahr vermehrt mit einer Crew zusammenarbeiten und ich möchte Bucker Productions mit dem GmbH ergänzen. Interessierte Crew-Mitglieder im Bereich Kamera, Licht und Ton können sich gerne bei mir melden für allfällige Zusammenarbeiten. Und wenn alles gut läuft, dann werde ich im Januar 2024 zum Jahresjubiläum meiner Reise keinen Hinweis geben, worum es in meinem epischen Kinofilm gehen wird. Also bleibt dran! Das wäre es von mir, bis bald und Cut!